ein bild wurde einen angezogenen girl mit null titten anhängen würde würde es trotzdem weiß sein dieser komplette klar alles rammeln muss alles klar du weißt dass ich eine aufnahme gestartet habe ja okay du hast ja nichts gesagt hey heinrich du hast da auf mich geschossen heute so jetzt plan wir töten einfach wir schießen einfach stefan eine kugel in den kopf ok warte mal warte hat ja gesagt ok da habe ich auch noch ein wörtchen mitzureden ja doch du hast okay gesagt ja ich war erschrocken die situation ist erschrocken wenn wir sprechen aha wissen stefan dürfen wir jetzt nicht mehr sprechen kann weil zurück an das fenster kommt er hat ein recht tun hat die Idee mich zu töten also denkt bitte mal drüber nach vielleicht ist er traiter ich möchte mich so einfach nur davon ablenken dass du traiter bist und nein ich ich nein wie kommst du da denn drauf ich bin mir ganz sicher dass ich mich nie ich bin mir ganz sicher dass ich mich nie mami hey da ist eine granate geflogen hallo dein absolut ranzigen schau mal nach unten du po hier ja die ist gerade von irgendwo oben runter geflogen ich habe auch gesehen mit meinen augen die angekommen wir sind wo etwas verfahren wir waren wir waren ein was kann es sein dass du stefan getötet hast rückzug rückzug ich bin hier hinter meinem block hier hinter meinem block warum ich jetzt auch nicht vor du bist auf der anderen seite am snipen alter du bist aus dem in die windmühle reingelaufen ach so um die mich hier unten hin guckt zu tony hochsehen und denkt mir so hey tony siehst du ich bin unter dir wir sind rough proof oder wir gucken uns doch gegenseitig an und als ich das sagen wollte ich merke ich hinter mir den schuss in meinen nacken noch einmal fliegt zu ruhe das ist super rad hast du jetzt stefan umgebracht hast du jetzt stefan umgebracht denkst du nein tony ich hab dich tot wenn es ist tony 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 ist es tony ist es tony ist es tony ist es tony leg ne pistol weg für ne fucking diegel tony 321 und ein herzlich willkommen mit mir hier der stefan bayern weiteren folge von ttt mit dem lieben toni mit dem lieben heinrich hallo henning hatte heute leider keine zeit vielleicht kommt der laufende des tages nochmal auf aber unwahrscheinlich er hat sich leider nicht mehr dazu geäußert wo ich gesagt habe wir wollen jetzt ttt spielen er hat es gelesen aber nicht dass sich dazu geäußert dafür kann er es in seinen kommentaren machen auf dich wurde gesnipet oh ja auf einmal so ein sniperschuss es gibt snipern in dem game scheiße stefan meine füße riechen bollig was ich wusste es ich wusste es ich wusste es ich wusste es bist du auch in die windmüde gelaufen ich hab mir nächstes mal wenn ich sage auf dich wurde gesnipet ach ja ja jetzt ist euch von dir du hast mir nicht vertraut ich hab dir vertraut aber darf dir jetzt ein diegelhätscher geben warte mal warte ach hallo Heinrich du Bastard was ich wollte ne waffe geben warum ist da kein bei mir also warum ist Heinrich bei mir rot der kleine Bastard ich guck mich ganz freundlich an hallo na wie geht es dir pussch ach jo in beiden fällen wär's witzig gewesen hm Heinrich wo bist du ey komm mal hinter dir du bist du vorne als du traitor warst eigentlich gestorben ich bin runtergefallen was hast du nicht von der windmüde weggetraut ne ausnahmsweise sogar nicht ja so bin ich finde ich aber du hast ey das war Stefan der von der windmüde weggekickt wo du gestorben ist deckel ולם поставchen übernale mechten hä 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 hast du dich Ich bin in mein Loch und lassen sie mich in Ruhe Okay, dann lass ich dich mal unauffällig da nen Traitor-Shop einkaufen Ich geh dann mal weiter Aha War das ein Mordversuch? Er sah ne Discombo In deine Recher-Kamera Hä, wo bist denn du hin? Alter Stefan Ich hab's gesehen, wie du auf mich gesnappt Heinrich, wir sind doch Proof Und hier ist das Snapper-Loch Nein, nein, nein Super, schenkt den Traitor halt noch mehr Punkte Komm Stefan Wer von euch ist Gratheiser? Wir wissen's doch eh schon Heinrich? Heinrich? Ja Natürlich ist es Heinrich, du Opferkind Ich bin einfach von der Map gef... Ich bin einfach vom fucking Leiter runtergefallen Ich bin gleich am Abzug LOL Ich hab mir da gecampt Ich dachte so, ja, gut, ich werd dir den Edi schleppen Heinrich, warum hast du mir schon Waffen gegeben? Keine Ahnung Wir sind zu dritt, lass uns... Aber das beste ist ja, ich hab mir eigentlich... Ehm... Einen Sicherheitsweg gemacht, dass ich mich mit Teleporter irgendwie wegmachen kann Und auf einmal sein... Er sagte so... Ja, äh... Position leider nicht lokalisiert Ich denk mir so... Ja, danke Bleib ich halt eben am Anfang der Runde 10 Minuten umsonst da Ey, ey, Alter! Der erste Schuss war natürlich wieder auf mich Heinrich? Also ich bin dafür auch, dass man Heinrich... Äh, Stefan! Kann sein, dass du Traitor bist? Hä, nein! Alter! Das ist doch ein fucking Problem, Alter! Heinrich ist tot, du Bastard! Ey, warum ist denn Heinrich tot? Ich hab ihm einfach einen fetten Wiegelschiss gegeben Ich weiß nicht mehr... Ah! Fuck! Du bist scheiße! Ey, Alter! Oh, mein Gott! Ich habe nichts gereilt, ich habe auch nichts gehört Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, bist du nach rechts gegangen Ich aim nach rechts, steht der Typ Ey, ich schwöre, könnt ihr sogar in meiner Aufnahme hören Ich habe nichts gehört Gehörn? Gehörn? Du hast nichts gehört? Das wusstest du mir schon vorher, als du kein Gehörn hast Deine Mama auch Okay Okay Heinrich? Ganz ruhig! Ganz ruhig! Du, du warst letzte Runde der Toxic, ja? Du hast mich davor einmal getötet Oh fuck Wow, boi Erstmal Schrotflinte wegwerfen Proof, ich geb dir die Freundschaftsrotflinte In dein Maul Wow Ah Die Freundschaftsrotflinte Was? Ah Toni, wenn du tot bist, stumm dich oder halt dein Maul Lass, der lernts nicht 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 Loll Wenn ich tot bist, ist Stefan Wenn ich tot bist, ist Stefan Wenn ich tot bist, ist Ah Ähm Hallo Ja Ja Können sie mit mir reden Wenn sie jetzt schon der Dreiter sind Wenn sie jetzt schon der Dreiter sind Ah Wacht haben Können wir nochmal über alles reden Oder Ich hab jemanden getroffen Das passiert nicht oft Oh! Oh mein Gott Ah Wusstest du wo ich bin? Oder? Nee Ich dachte du bist oben Aber dann hab ich dich gesehen Ich hab in jede Ecke geguckt Boah Ich hab mich mit nem Teleporter nämlich weg teleportiert Und dachte so Ja, jetzt hat er mich weg Aber ich hatte halt eben nur noch 15 Oder 14 HP Ja, ich hatte auch nur noch 15 Aber ich konnte verschwören Dass es äh Hier Toni war Aber Toni war's irgendwie Wenn ich tot bin Ja Jetzt ist Toni Wenn ich tot bin Wenn ich tot bin Wenn ich tot bin Ich bin hier Hallo Ich bin hier Komm mal her Ich möchte doch nur mit dir reden Du willst spielen Du willst spielen Ich möchte doch nur mit dir reden Stefan Komm doch her Oh Ich bin schon lange da Das sagt alles Oh nein Oh nein Oh nein Ey Heinrich Was aimst du da auf mich Ich guck mir ein Sniperscop dich an Oh, was aimst du auf mich, ey Ich habe eine Diegel mein Freund Sei gewarnt Ich habe eine Sniper Rifle Ich knatter dich aus allen Linien Backdoor Warst du das? Wow, wow Toni hat mich aus dem KDM angeschossen Ich habe nur noch 12 HP Stefan ist tot Ha Nein Was? Wurzseile, bist du da? Alter Tunnel ist so dumm, ey Bist du... Man hat deinen Kopf nicht gesehen Man hat den... Stefan ist tot Nein Wurzseile bist du da? Alter Tunnel ist so dumm, ey Bist du... Man hat deinen Kopf nicht gesehen Man hat den... Stefan ist tot Ich weiß nicht, dass Stefan noch lebt Hahahaha 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 Das war so geil Wurzseile sind zeitlang... Sa... Was? Was? Uuh, Stefan, wot Uuhuhuhuhuhuhuhu Ich mag die Hörge 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 Ja, weil... Jetzt fühlst du dich mal So richtig verarscht, ne? Ist schon scheiße Damit verabschiede ich mich von einer weiteren Folge TTT Ja, Toni, du hast die letzte Worte Nein, Stefan, nein Aber ich wollte die ganz gerne auf 17 Minuten halten Vielleicht sind's eine Stunde und 17 Minuten Um nicht zu vergessen, kommentieren, liken und abonnieren Und wir sehen uns beim nächsten Mal, schauin Tschö Und wir sehen uns beim nächsten Mal, schauin